Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Verwürfung von Spannmanager20. Im letzten Spiel haben wir, ja, ich würde mal sagen, mehr als eindeutig gewonnen. Und dann, ja, weiten uns mal erstmal auf das nächste Spiel vor. Thiago, Lecourette von Coman, da war ich auch gesagt, ich muss gleich nachschauen. Timo Kern war da. Ja, okay, ein bester Spieler. Ab neun Wochen her nahm das vier Tage und Blotty, ich habe auch was mitbekommen, fällt zwei Tage aus. Ja, also das nächste Spiel wird gegen die Mainzer, wenn die Mainzer alt von der W stattfinden. Also die beste Torhäger, der war doch so mit 5 Coman, auch mit 4. Das kann ich nicht sagen, aber reich wieder? Ich würde sagen... Die haben wohl schon mal keine Lust, in der Geld zu zahlen. Maximilian Sizer feilt an schwachen Fass. Mal schauen. Tabelle. Also, zwei Aufsteiger spielen praktisch, um Tabellenplätze her. Nicht ganz, aber fast. Ähm, ja, am internationalen Wettbewerb mit. So weiterspielen. Kadebrunnen. Jetzt wollen wir nach unten. Vor der ersten Runde. Das ist der Bundesliga. Also, man merkt, glaube ich, eine Dominanz. Mal schauen. Ich muss ja, glaube ich, das ist auch kein nächstes Mal mit dem ich auseinandergesetzt. Schauen wir mal nach. Okay, er will Stammsteller werden. Ich kann ehrlich gesagt noch verziehen. Ich glaube, wir sind hier zufrieden. Okay. Ein kleiner Überblick. So. Und auf der zahlen Milchfeld. also ich will es ehrlich gesagt nicht bezweifeln aber wir brauchen rechtsverteidiger wenn sie mal in sie nicht im größten man da spielen können und von daher doch keinen großen sind da irgendwie groß was zu ändern da können wir uns jetzt auch mal mit auseinandersetzen da muss ich noch mal weiter an ich möchte gerne in verteidigen und kommt in den beiden mit und das ist dann an sie jetzt mal 50 jahre alt, äh äh, jetzt haben wir schnell gesammelt, 19 jahre alt, oah, fällt mir ein, wenn ja noch so einen guten Spieler hier, irgendeinen Mentor oder so, ist auch so eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, was ich wieder wenden. Ich kann auch noch mal gucken. Ich kann auch noch mal gucken. das neun der geschwächsten egal im verteiliger und dann spüren voran drehen aufstellungen machen ich will schon drei Saisons her dass Leipzig in der Brüste da ist und die Spielzeit schon verkehrt ach, der Groß-Dom-Spiel Leipzig gegen Bayern Tja, scheint verletzt zu sein dann müssen wir da mal was gegen machen fangen wir den Trick so mit dann neuer spielen lassen hier wird Lösch antreten eigentlich müssen wir vor allem schauen dass wir so die großen Top-Spieler haben müssen schon und zwar mit und dann Bitkoman aber wir werden wahrscheinlich erstmal auf der Bank sitzen lassen denn danach kommt das große Spiel gegen SS-10 Neapel und ich würde gerne auf jeden Fall mit der Top-11 auflaufen mit 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 Oster somewhere mit 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 ein bisschen anders kann man das auch antreten und meist hier war martin es wir spielen eigentlich alle dieses system Die Sonnenruf aus Aspacht vergeht, ne? 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 Das ist gut auf dem Recht ausziehen. Kommt ihr mal mit? Das führt auch auf dem OM. und Continuo, das ist der Kuhnkuhner. Ja, gut. Mentor ist Knabry. 2nd Wife 2nd Wife 2nd Wife 2nd Wife 3nd 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 Wife 4nd Wife 4nd Wife 4nd Wife 4nd Wife 5nd Wife 4nd Wife 5nd 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 Wife dass man mit aufgestellt werden ja das würde ich jetzt sagen was das mit der folge jetzt auch ein bisschen arbeit noch mal gereist ist kann man da nichts sagen dass die folge hat euch gefallen wenn ja sehen wir uns das nächste mal wieder damit zum nächsten mal